Die Entstehung der Erde, des Lebens, der Menschheit und seiner Entwicklung bis zum heutigen Tag. Also, als der liebe Gott kam, kaum hat er die Frage gestellt, wer will einmal die Krone der Schöpfung, schon alle Affen, ich, wie die Kinder in der Schule, wer will ein Eis, ich. Wer will König werden? Ja! Der hat ja gar nicht ausgerettet, der liebe Gott, das mit der Verantwortung, mit der Nächstenliebe. Nein, das haben die gar nicht gehört. Deswegen musste ja dann schon später sein Sohn nochmal kommen. Oh, Kussau! OOOH! Und er hat wahrscheinlich gedacht, was, die stammen von mir an. Und dann rennt er weiter, Richtung Albstahl, geht da hinten nach Weißbad, Brüelldoppel, Brüelle, das heißt im Schweizerdeutsch, weinen. Oder das Brüelldoppel, Schucht, Doppel, Schucht, Brüell, weinen. Ist ja so, Hure, Stein, fast überhängen, deswegen heißt es Brüelldoppel. Weil das so überhängen ist, wenn man hochrafen muss, muss man weinen. Und der Raffel, zack, reiß jetzt, ist er da oben, da oben auf der schönen Aussichtsterrasse, bei Platteböde, zack, schnell an den Fittesteller, schon ist er weg. Und der Raffel. 4 bis Hampion saus Euro hat hat am aber Grazie war der Fazio schaden Attorney wie city Und sie, Hai-Ching-Ching. Und wirkt ihr weiterhin zufrieden auf den Bäumen. Und wirkt ihr weiterhin zufrieden auf den Bäumen. Und der Fussbattern. Und wirkt ihr weiterhin zufrieden auf den Bäumen. Und wirkt ihr weiterhin zufrieden auf den Bäumen.